Tag auf, der Ruhrfotologe an dem Ruhne und der Tengologe Jack Tengo hier. Glück auf. Glück auf und wir laden ein zum neuen Ruhrgebiet erklärt Podcast. Das ist jetzt in Folge 6, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und innerhalb des Rahmens von Ruhrfotologe unterwegs, wo du mit bei bist, natürlich ist das Folge 89, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und wir haben heute Teil 2 von Zahlen, Fakten, Daten, die wir so einfach mal raushauen. Das wird auch nicht der letzte zweite Teil sein. Also es wird noch einen dritten, vierten Teil wahrscheinlich geben. Einen dritten, vierten, zweiten Teil meinst du? Wahrscheinlich. Aber wir werden heute einfach mal nur die Städte so raushauen. Nicht in allen Einzelheiten. Dann machen wir die Städte, wollen wir ja auch und die Kreise und so, die wollen wir ja nochmal extra behandeln. Wir haben vor, Arbeitslosenzahlen und Firmen mal aufzuzählen. Zahlen, Daten und Fakten einfach mal so runterleiern. Ja, erst mal, wie gesagt, habe ich ja hier von meinem... Ja, ist das... Ja, ich hätte das gedacht, ne? Du weißt es ja. Ja, ja, sicher, sicher. So, jetzt habe ich wieder eine Karte rausgefischt für dich. Wie viele Zimmer hat die Villa Hügel? Der Familiensitz der Krupps in Essen-Bredeney. A, 32, 112 oder 269? Was meinst du? Ähm, ich denke, weil es ein großer Kasten ist, 112 dürften es sein. Ich habe da so die Idee. Okay, es ist tatsächlich noch mehr. Noch mehr? Ja. Hier ließ sich endlos Verstecken spielen. Die Villa Hügel mit 269 Räumen war der überaus imposante Unternehmerwohnsitz der Familie Krupp. Er baut zwischen 870 und 73, also so mein Geburtsjahrgang nur 100 Jahre vorher. Zu Gast waren Kaiser, Könige und Künstler, Unternehmer aus aller Welt, Politiker und Regierungschef vieler Nationen. Und das Anwesen hat 28 Hektar großen Park, ist ein Symbol des Zeitalters der Industrialisierung Deutschlands und heute zu besichtigen. Und, warst du schon mal da? Nein, ich war noch nicht da. Aber ich weiß wohl, durch Dokumentationen, dass es darum ziemlich kalt sein soll und dass es ein paar Mal umgebaut wurde. Ja, es ist ein paar Mal umgebaut worden, wahrscheinlich immer so angepasst worden an der Situation der Jahrzehnte, der Schnörkeleien, die weniger wurden dann im Laufe der Jahre. Aber definitiv, ich war schon mehrmals da, auch in dieses entsprechende Familienarchivmuseum, die Bibliothek besucht. Und es gibt auch mal so Tag der offenen Türen, wo du dann hier und da hingehen kannst. Sagt mal, hier ist irgendwie die Schnur. Und da musst du mit mir zusammen mal hin. Kein Problem. Also vielleicht kriegen wir es mal zusammen hin. Definitiv unglaublich sehenswert. Und ich persönlich habe den Park leider noch nicht so genau mir angeschaut. Meistens geht man ins Museum, sage ich mal. Ist ja im Museum. Da gehst du dann durch die ganzen Räumlichkeiten. Das machst du so alle fünf Jahre. Und dann gehst du unten nur in der kleinen Anlage vor dem Haus. Aber das geht noch viel weiter. Also du kannst noch viel weiter gehen. Und das macht man meistens nicht. Also schade eigentlich. Also kann man wirklich einen halben Tag drin verbringen. Ja, muss man sich mal einen Tag zeigen, wollte ich gerade sagen. Genau. Und wir hatten ja jetzt schon Essen gesagt. Die ist eine kreisfreie Stadt und hat, ich glaube, 50 Stadtteile. Darunter eben Werden, wo ich kürzlich was gemacht habe. Und Steele ist der erste Weihnachtsmarkt, der jetzt schon anfängt. Wollte ich gerade sagen. Wahnsinn, ne? Ich habe die Fotos gesehen. Ich denke, hallo. Aber ist ja überall schon Weihnachtsbeleuchtung aufgehängt worden. Auch in Bochum. Bei euch auch. Teilweise, teilweise. Bei uns sieht man auch schon hier und da ein bisschen was in den Geschäften. Und ja gut, die Supermärkte, die haben natürlich auch schon seit ungefähr einem Monat bald die ersten Weihnachtssachen da. Die ersten Spekulatius und Christstollen, die sind schon wieder teilweise schon wieder gammlig geworden in den Lagern. Ja, weil die schon abgelaufen sind. Solange wir die wieder reinstellen. Ja, ja. Ja, wenn man das im Juli reinstellt, dann sind die schon im November abgelaufen. Das stimmt. Vorberg ist natürlich auch. Kreis ist natürlich auch bekannt. Dann natürlich der berühmte See in Essen. Den kennst du auch. Den Bredener, ja. Wenn du den meinst, dann kannst du den auch nehmen. Das ist ja der Balde, naja. Jetzt habe ich dich reingelegt. Nein, ich habe mich selbst reingelegt. Der Baldrian, genau. Der Baldriansee ist das. Wenn du hingehst, kannst du dich beruhigen lassen vom See. Ja, und es ist ja auch extra dafür angelegt worden damals. Für die Erholung. Das war, glaube ich, auch sogar hier Thyssen oder so, die das angelegt haben extra. Als Erholungsgebiet für die Arbeiter. Dass es so eine grüne Oase gab. Ja. Ja, und vor allen Dingen die Ruderer haben da ja Chancen gehabt, sich zu entfalten. Und kleine Jollen. Du kannst da wirklich Bootführerschein machen. Schon eine tolle Sache da am Balneyer See. Und was man dazu sagen kann, jetzt ist die alte Tribüne leider weggehauen worden. Da wird alles neu gemacht. Ja, die Leute trauen natürlich, weil das ja früher eben so eine besondere Tribüne war. Aber die war wirklich bauffällig. Also wenn man da so hergelaufen ist, was ich so gesehen habe, es war schon nötig, da mal was Neues zu planen. Ja, irgendwann ist alles auf. Der Zahn der Zeit. Der Zahn der Zeit. Ganz genau. Aber wir wollen ja heute nicht so tief in Essen reingehen. Wir wollen heute ja alle Städte mal aufzählen. Und sag du erst mal deine Sachen und ich gehe dann von A bis Z durch von den Städten, die innerhalb eines Kreises auch sind. Ja gut, also die gröbsten Ideen, die man dann hat, das sind zum Beispiel Bochum, Bottrop, Dortmund, Duisburg, Gelsenkirchen. Bei uns natürlich Hamm, Herne, Mülheim an der Ruhr. Oberhausen, natürlich das Gasometer, Feldmeter Großheim. Dann Rücklinghausen, natürlich Unna, ganz wichtig. Und Wesel. Das sind so die wichtigsten Sachen. Der gehört auch noch, ja. Ähm... Ja, hast du gut, schön aufgezählt, ne, Kreis Wesel. Ein paar habe ich. Hast du aufgezählt, Mülheim an der Ruhr auch. Ich gehe jetzt mal von A bis Z. Alpen. Nein, ist nicht in Tirol. Bergkamen. Dann haben wir Bochum, wo ich wohne. Dann haben wir Bönen. Gehört tatsächlich noch zu uns. Ja, kenne ich. Bottrop, meine Geburtsstadt. Gräkerfeld, kleine Städtchen. Dann haben wir Kastrop-Rauxel und Datteln im Kreis Recklinghausen. Dienstlaken gehört zu Kreis Wesel. Dorsten-Kreis Recklinghausen. Dortmund steht für sich, logischerweise. Dann haben wir Duisburg. Duisburg, sagen wir doch, ne? Genau. Ennepe-Tal im Kreis, Ennepe-Rohr-Kreis. Essen steht für sich. Haben wir gerade schon mal ein bisschen angesprochen. Fründenberg. Da denkst du doch tatsächlich, das steht auch noch oder liegt auch noch im Ruhrgebiet. Das ist ja Grenzgebiet. Ist Grenzgebiet. Ist Grenze zum Sauerland, ne? Ja, genau. Da war ich auch schon. Gehört noch zum Ennepe-Rohr-Kreis tatsächlich. Gelsenkirchen steht für sich. Hast du, glaube ich, vorhin aufgesagt? Weiß ich gar nicht mehr. Gelsenkirchen? Ich meine ja, doch. Gelsenkirchen habe ich aufgesagt, zusammen mit Essen. Richtig, da hast du so runtergeleitet. Kann ich alles gar nicht behalten. Deswegen machen wir ja ganz langsam nochmal Zahlen, Daten, Fakten. Ich bin bei Gevelsberg. Dann haben wir Gladbeck-Kreis Recklinghausen. Hagen, haben viele nicht auf dem Schirm. Steht auch für sich. Haltern am See, Kreis Recklinghausen. Dann haben wir Haben. Ja, ist da Bescheid. Am Minkeln ist aber nicht in Hamm. Am Minkeln ist andere Seite. Hattingen, das ist Ennepe-Rohr-Kreis. Herdecke, gleiches Spiel. Herne, ganz wichtig, Großstadt. Herten, Kreis Recklinghausen. Holzwickede, da muss ich jetzt passen. Weiß ich gar nicht. Holzwickede ist aber auch Kreis Wesel. Das ist bei uns in der Ecke. Nee, nee, das ist glaube ich schon Kreis Unermacht. Scheiße, stimmt ja, hast ja recht. Das ist ja bei uns in der Ecke. Genau. Am Minkeln war andere Seite. Genau, Schwerter und so. Hünxe. Kreis Wesel müsste das sein. Tatsächlich, das ist an der Grenze. Da will ich jetzt aber nichts Falsches sagen. Denn, das machen wir lieber nochmal extra. Wurde ich gerade sagen. Wir nehmen doch alles nochmal extra durch. Kamen, neben Berchkamen. Kamp-Lindfort. Dann haben wir Lünen. Marl. Mörs. Dann kommt erst Mülheim an der Ruhr. Die Stadt steht für sich. Mörs und Marl übrigens sind unterschiedliche Kreise. Was meinst du, wozu gehört Marl? Marl, gute Frage. Das auch noch direkt nach Hause ist das glaube ich nicht aus der Ecke. Doch, doch, ist es. Habe ich recht? Tatsächlich, du hast recht. Und Mörs? Oh, Mörs? Da willst du mich jetzt wieder reinlegen. Wahrscheinlich auch direkt nach Hause. Nee, nee. Ich glaube, Mörs ist anders. Mörs ist was anders. Aber ich weiß jetzt nicht, wo genau. Kreis Wesel. Wesel schon? Ja, ja. Ist schon Wesel. Ist ja Niederrhein eigentlich. Die wollen ja mit dem Ruhrgebiet nichts zu tun haben. Haben aber auch Bergbau gehabt. Ja, das kennen wir ja mit dem Münsterländer. Ja, ja, genau, genau. Da kommen übrigens sehr viele Reiche her. Weißt du das? Ja, ja. Die sind da was bessere. Ja, ich ziehe da auch demnächst hin. Weißt du, wenn ihr mit dem Podcast und dir hier da teilt, dann können wir zusammen deine Villa mieten. Dann machen wir die, nicht die Villa Hügel, sondern die Villa Podcast. Genau, Villa Podcast. Wie Villa Podcast. Wenn das alles so einfach wäre, wie das im Fernsehen wieder suggeriert wird. Hier verdienen wir ja nichts. Nur mal so zu erwähnen. Neukirchen, Flun. Oder Flün? Wie sagt man das eigentlich? Flün, ne? Neukirchen, Flün, soweit ich weiß. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Wenn ich nichts Falsches sagen will. Die werden uns nicht mehr folgen, wenn wir das jetzt falsch sagen. Oder ist recht, um uns immer zu verbessern. Sind sowieso nicht so viele. Also, Oberhausen. Dann haben wir Orr-Erkenschwick. Oder heißt es Öhr? Also, ich kenne es unter Orr-Erkenschwick. Oerr. Oerr. Nicht ORF, ne? Da ist nicht Österreich. Da wohnte ja die Oma vom DiCaprio, ne? Vom Cabrio. Genau, vom Cabrio. Vom Leonardo. Genau. Geissorte da, ne? Genau. Caprisonne, genau. Ja, genau. Ach nee, ja, richtig. Caprisonne. Ach, wir machen mal Schleichwerbung. Da müssten wir jetzt ja mal eine Million für kriegen. Oh, wenigstens. Wenigstens. Ja, genau. Okay, also. Ohr-Erkenschwick. Dann haben wir Recklinghausen logischerweise. Rheinberg. Schermbeck. Schwellen. Schwerte. Selben. Sonsbeck. Sprockhöfel. Unna. Hattest du vorhin auch schon genannt. Förde. Waltrop. Werne. Halleluja. Da kommst du her. Naja, endlich mal. Endlich mal wird es offiziell gesagt. Dort. Aber bisher ist ja weit unten weh halt, ne? Ja, Selben wird dann auch schon. Selben ist ja noch hinter werden. Also wenn Selben dazugehört, müsste werden aber Dicke dazugehören. Ja, auf jeden Fall. Selben habe ich ja schon gesagt, weil das geht ja von A bis Z hier, ne? Und dann haben wir Wesel logischerweise und Wetter. Die sagen da übrigens nicht mit dem Frosch Wetter an. Das heißt tatsächlich da so. Und ganz wichtiger Ort, ne? Weißt du eigentlich, dass da eine der wichtigsten Industrialisierungen stattgefunden haben? Ich meine, ich hätte da mal was gehört. Aber genau das kannst du sagen. Ich kenne dich doch. Da ist der Harcourt gewesen und hat da erste Stahlgeschichten da gemacht. Ja, wir werden das auf jeden Fall extra besprechen, wenn wir Wetter machen. Auf jeden Fall, dann machen wir gutes Wetter. Auf jeden Fall. Nicht, dass es hinterher Schlagwetter geht. Das tut immer so weh. Nee, da bleibt auch nicht mehr viel übrig von dir, du. Eben deswegen, ja. Genau, und dann haben wir noch Witten. Und als letztes, was meinst du, welche Stadt ist das noch? Das letzte? Hm, gute Frage. Sag's mir. Okay, ich sag dir einen Tipp. Ganz im Westen. Tief im Westen. Ist nicht Bochum. Ich wollte es gerade sagen. Das hört sich eher nach Grünemann. Tief im Westen. Genau. Wo die Sonne versinkt. Da versinkt sie. Aber eher am Rhein. Am Rhein. Xanten. Nein, Xanten ist doch ist Xanten. Tatsächlich, ja. Gehört noch zu Wesel. Und Kreis Wesel gehört bekanntlich zum Ruhrgebiet. Ja, guck mal. Dann grünen auch Grüße noch nach ganz hinten, nach Xanten raus. Ja, wenn die das hören, dass die noch zum Ruhrgebiet gehören. Das wollen die nicht wissen. Die gehören zum Niederrhein. Glaube ich auch nicht. Glaube ich auch nicht. Ich denke mal, es sind auch so stolze Leute, die sagen, naja, mit denen habe ich nichts zu tun. Das kannst du vergessen. Naja, ich weiß nicht, ob die so sprechen da. Ich denke eher Plattdeutsch statt Rheinisch. Aber ich sage mal so, die Römer waren in Xanten. Du warst auch noch nie in Xanten, ne? Doch, in Xanten war ich schon mal. Da waren wir im Museum von der Schule aus. Ach, das sind die alle von der Schule aus. Ist natürlich jetzt schon 30 Jahre her, wenigstens. Da waren wir alle hin. Ja, ja. Da war dann das Römer, dieses Freiluftmuseum mit der Römerhäuschen, wie sie die ja gebaut haben. Da haben wir selbst Brot gemacht. Selbst... Nach römischer Art. Genau, mit Steinen platt gemacht, das Mehl selbst gerieben und alles. War schon ganz witzig. Es lohnt sich, es lohnt sich. Auf jeden Fall auch ohne Schuhklasse, weil als Schuhklasse, weiß ich nicht, manche interessieren sich nicht dafür, aber es ist unglaublich sehenswert. Natürlich auch das neuere Museum und den Dom muss man sich unbedingt auch mal angeguckt haben vor Ort. Ja, den habe ich mir noch nicht angeschaut. Da hatten wir damals keine Gelegenheit. Ja, wir waren nur zum Museum gefahren, da Freilicht. Und es ist ja auch meistens so, dass man in der Schule die Themen anreißt, aber als Erwachsener, dann hat man eher den Wissensdrang und das Interesse dafür. Genau. In der Schule weckt man das und hinterher kriegt man da die Basics und hinterher kann man sich dann selbst entscheiden, ob man sich da mal was Kulturelles aneignen möchte. Ja, ist ja immer so. Nach der Schule interessiert man sich für alles irgendwie mehr als vorher. Ja, da haben wir die Städte alle mal aufgesagt vom Ruhrgebiet. Wir wollen da mal einhaken, die Arbeitslosenzahlen. Ich gucke mal nach. Ich habe sie notiert. Ja, ich könnte dafür die Handelsriesen da schon mal erzählen. Genau. Was da gibt in der Zeit. Können wir das zuerst machen, weil, sag mal, sag die Handelsriesen auf und dann erzähle ich, wie viele Arbeitslose es gibt und wie lange das noch dauert, bis keiner mehr Arbeit hat. Ja gut. Also ich habe jetzt nur ein paar. Das ist zum Beispiel E.ON. Ganz groß. Das sind die größten. Dann kommt RWE, gefolgt von Aldi Süd, dann Thyssenkrop, was früher ganz oben war. Dann Aldi Nord, dann Hochtief, die Firma ist wirklich so. Und dann kommt noch Schenker und zum Schluss Evonik, was auch sehr weit oben war eine Zeit lang. Guck mal an, ich hätte nicht gedacht, dass Schenker, aber das ist, glaube ich, Tochterunternehmen von der Deutschen Bahn, wenn ich nicht irre. Genau. Und die hat ja auch was mit Ruhrgebiet. Genau. Also die transportieren eher über die Straße statt über die Schiene, die die unten. Tja. Ist denen wahrscheinlich naheliegender, weil die Bahn dauert immer ein bisschen länger. Wir kennen es ja. Da könnte ich ja auch ein bisschen was erzählen. Wenn man morgens den Zug nehmen will von A nach B, sind zwei Stationen, die ich mit dem Zug nur fahren müsste. Und wenn man dann auf einmal um fünf nach fünf zum Beispiel, kriegt man dann die Nachricht, wenn man auf dem Bahngleis steht, der Zug fährt aus und dann kriegst du erst mal schon weiche Knie. Dann musst du zum Beispiel dann und dann da sein, 15 Minuten später. Okay, klappt noch. 30 Minuten später wäre schlecht. Ja, und dann hört man auf einmal nach zehn Minuten warten, nochmal 15 Minuten Verspätung. Dann nochmal zehn Minuten warten, was dann schon 20 wäre. Ja, fällt leider aus. Wegen Personalmangels. Ach, das fällt denen dann erst ein. Das fällt denen dann erst ein. Deswegen sage ich mal, besser nichts drüber und schluck mal die Wut runter, die ich mittlerweile so ein bisschen auf die Euro-Bahn habe. Ach, da fährt die Euro-Bahn, das heißt ein Privatunternehmer, ne? Ja, die suchen ja händeringend. Ja, mehr Ausfälle wie Einfälle. Ja, ist traurig eigentlich, wenn man so gedenkt. Ich kenne den Fall ja auch umgekehrt von jemandem, der in Mörs eben arbeitet und da mit der Bahn fahren wollte. Jetzt wird er nie mehr mit der Bahn, weil logischerweise da immer Ausfälle waren. Auch eben wie das, was du erlebt hast, wo die ja keine Bahnfahrer hatten. Und auch oft genug wegen irgendwelchen Bahnstricken Bauarbeiten. Und eines Tages hat er irgendwo auf so einem Duisburger Bahnhof halten müssen. Den Stadtteil kannte der gar nicht. Tief dunkel. Und so nach einer halben Stunde, weil auch kein Bus kam mehr, hat der Bahnfahrer dann gesagt, alle wieder einsteigen, wir fahren zurück. Ja, das war wahrscheinlich die bessere Alternative, als die Leute da drei Stunden noch länger stehen zu lassen. Ja, aber das ist dann schon wirklich, wirklich schlimm. Und das fördert ja eigentlich nur wieder das Auto, leider. Ja, oder halt den Bus. Weil ich habe schon gesagt, zurück fahre ich mit der Bahn, wenn sie mal fahren sollte. Wenn nicht, müsste ich über eine Stunde warten, um wieder nach Hause zu kommen, wenn ich mit dem Bus nehme. Und das ist kein Zustand, habe ich mir gedacht. Dann auf den Rückweg nehme ich dann die Bahn. Von da aus dann nochmal ein paar Meter mit dem Bus. Oder ich laufe einfach mal zu Fuß die paar Kilometer, die vier, fünf, was das da sind. Gut, wenn das Wetter mies ist, dann macht es nicht so viel Spaß. Aber das klappt schon alles. Und gerade jetzt, wo es kalt wird. Ja, und das sind ja nur zwei kleine Beispiele. Ich glaube, jeden Tag gibt es viele Pendler, die unterwegs sind und jede Menge Ärger haben. Und ich glaube, wir machen auch mal so einen Podcast, wo wir nur über die Deutsche Bahn herziehen, beziehungsweise die Bahnprogramme mal durchexerzieren. Wo fährt welche Bahn wohin? Privatunternehmer und so weiter. Können wir ja auch mal machen. Also wir wollen ja das Ruhrgebiet erklären. Dann könnten wir das Thema ja nochmal aufwärmen, würde ich sagen. Das können wir gerne machen. Vor allen Dingen, ich wollte ja schon, nachdem das das dritte Mal morgens passiert ist, und ich da einfach am Bahn gleich stand, zusammen mit 50, 60 anderen Leuten. Und das heißt, die Bahn fährt wegen Personalmangel aus. Ich hätte schon vor, an der Presse zu gehen. Aber ich habe es noch extra runtergeschluckt. Ja, kann ich mir vorstellen. Weil irgendwann Platz an der Kragen. Wenn man dann um so und so viel Uhr pünktlich da sein will für eine Umschulung, dann hat man auch da zu sein. Und das sind Fehlstunden, die man hat. Das kriegt man dann negativ ausgelegt. Und das kann es ja wohl nicht sein. Nee, da hast du völlig recht. Deswegen, also ich möchte jetzt auch nicht so viel sagen, weil sonst ist der Podcast gleich schneller da, wo er nicht hin soll, als da, wo er hin soll. Ja, ich glaube, da wirst du viele Zuhörer haben, die dir einfach zustimmen. Und das ist schon schlimm genug. Ich muss ja mit dem Auto fahren. Ich kann mit meiner Selbstständigkeit leider nicht mit dem Zug alles erledigen. Und viele, ja, sitzen in Gelskirchen leider zu Hause. Da ist im Moment die Arbeitslosenquote bei 14,4 Prozent. Also das ist die höchste Arbeitslosenquote im ganzen Ruhrgebiet. Was tippst du, welche die zweite wäre? Auch im Ruhrgebiet? Ja, ja, nur Ruhrgebiet. Ich will ja nur mal einfach... Dortmund schätze ich mal. Dortmund oder Essen? Nee, Dortmund ist tatsächlich erst an vierter Stelle mit 11,4 Prozent. Duisburg hat 12,5. Dann kommt Hagen mit 11,9. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Dachte, Hagen hätte weniger. Herne, ich kann mich aber erinnern, weil die Leute sagen, keine Arbeit und so weiter. Und die sollen alle auf voller Haut liegen angeblich. Nee, Herne hatte, als ich 1996 mal für Vorwerk unterwegs war, ich sage mal so um die 18 Prozent damals los sind Grote. Und hat jetzt 11,3. Das hat sich sehr stark verändert. Das hat sich positiv verändert. Positiv. Herne hat viel getan, da Gewerbegebiete, wo früher Zechen waren, neu auszuschildern und auszubauen. Und es gibt nur noch 11,3 Prozent Arbeitslosen. Und Oberhausen liegt bei 10,7. Da habe ich auch gedacht, das wäre mehr. Essen 10,5. Und dann kommt Bochum mit 8,8. Das war früher 16 Prozent, wenn ich mich recht entsinne. Hamm, 8,4. Recklinghausen im kompletten Landkreis 8,2. Mühlheim 7,9. Dann kommt Bottrop 7,8. Unna 7,3. Ennepe-Ruhr-Kreis und Wesel jeweils 7 Prozent. Das schwankt natürlich auch jeweils in den Städten innerhalb der Kreise. Aber insgesamt hat die Metropole Ruhr 9,7 Prozent. Und das Ganze ist aus der Statista.com Statistik. Das ist eine Umfrage aus den Land- und Stadtkreisen im November 2024 erhoben worden. Also die aktuellste Situation der Arbeitslosenzahlen. Und du hast ja die Firmen genannt. Das heißt, man kann auf jeden Fall mitteilen, dass diese Firmen jetzt wahrscheinlich erschwimmen. Wirtschaftlich schwimmen sie ein bisschen. Wahrscheinlich wird da ein bisschen was wieder abgebaut. Und die haben ja saisonbedingte Arbeitslosenquoten. Auch jetzt Winter in Gaststätten, Gewerbe, Biergäten haben jetzt zu. Oder hier, ich nenne jetzt mal den Bottropa Movie Park. Da passiert im Winter nichts. Genau, die Freizeitparks, die stehen jetzt alle still. Wir können nach der Halloween-Saison in die Weihnachtssaison vielleicht noch ein paar Tage gehen. Und dann war es das auch großartig. Ja, also muss man einfach so sagen. Und also ich sage mal, die Stimmung ist zwar negativ. Aber ich persönlich sage mal, vor 20 Jahren war die Situation eher schwieriger, Arbeit zu finden als heute. Es gibt viele andere Möglichkeiten. Es gibt viele Möglichkeiten, einen völlig neuen Job anzunehmen, wenn man es will. Und früher, als ich so arbeitslos war, dann wurde man ja immer so reingesteckt wie, ach, du hast einen Gabelstapler-Führerschein? Dann mach doch mal hier ein Logistikunternehmen. Kann man machen, ja. Aber es gibt viele andere Möglichkeiten, wo man reingehen kann. In der Pflege wird ständig gesucht, zum Beispiel. Ja, sicher. Also ist jetzt nicht mein Ding. Lager. Lager ist auch immer Servicekräfte für Supermarkt einräumen, so Live-Firmen und sowas. Genau. Die sind ja immer ganz groß dabei. Ja. Also Supermärkte sowieso. Und wir haben es ja in der Corona-Zeit festgestellt, die sind systemrelevant. Das heißt, eigentlich wirst du so schnell den Job nicht verlieren. Also ich finde, in der Pflege, im Supermarkt zu arbeiten, da sind die Jobs, wo du jetzt nicht, ja, du verdienst gut, aber auch nicht so viel gutes Geld, sage ich mal. Aber es ist auf jeden Fall ein sicherer Job. Ja, das stimmt. Das wird immer gebraucht. Genau wie zum Beispiel Ärzte, Schuster oder Schuhverkäufer, die werden auch immer gebraucht. Genau. Wir nennen jetzt keinen Namen. Schuhverkäufer, nicht mehr so unbedingt. Ja gut, alles, das Internet macht ja sehr viel. Also man bestellt ja mehr jetzt online, als dass man im Laden geht. Ja, das ist der Grund, dass sehr viel sich verändert. Aber wir werden ja auch, wenn wir die Städte durchnehmen, auch mal die Ladengeschichten durchnehmen, weil es gibt ja viele Leerstände im Ruhrgebiet. Da muss ich gestehen, wenn ich jetzt zum Beispiel in Holland bin oder in Polen, da ist das nicht der Fall. Also hier hast du jeden dritten Laden leer. Und dann sagt man, ja, Internetgeschäft, aber eigentlich hast du das in Holland oder da nicht. Dann kannst du sagen, ja, Tourismus. Nee, es ist nicht nur das Ruhrgebiet. Es gibt ja auch andere Städte, wo das Problem ist, dass da Leerstand ist. Aber das habe ich nicht in den Städten, wo ich so hinfahre. Und dann geht es nicht immer um Tourismus. Also das finde ich schon, da hat es auch mit Ladenmieten zu tun, die viel zu teuer sind zum Teil. Und dass es auch schwer gemacht wird, sich selbstständig zu machen. Wenn du, ich sage mal, ein Emiss eröffnen möchtest, da hast du ja unglaublich viele Probleme, die du da erstmal bewältigen musst. Ob das jetzt hier mit dem Gesundheitsamt ist, mit beim Gewerbeanmelden, wie es jenes ist. Also das ist da, so behördentechnisch ist da schon eine Menge Scheiße. Ja, und da unsere Zeit sich auch zum Ende neigt, zu schweren Zeiten, denke ich mal, haben wir das Wichtigste auch heute schon rausgehauen. Genau, wir haben jetzt noch ein bisschen lamentiert über Ladengeschichten. Und wir werden definitiv beim nächsten Podcast noch etwas anderes durchziehen. Aber wir werden bei Zahlen, Daten, Fakten bleiben. Auf jeden Fall. Als dritten Teil. Und da lasst euch mal überraschen, was noch kommt. Und wir haben noch so einiges vor. Also ich habe ja noch vor, einen Stadtteil-Podcast über Ebel zu machen. Ich habe ja jetzt einen Film rausgehauen mit einem, der dort aufgewachsen ist, mit Ralf Opiol. Wer den noch nicht kennt, kann den in YouTube sehen, den Film. Das ist also ein Video-Podcast mit ihm, wo wir durch den Stadtteil gehen. Und da kommen in der Form noch die einen oder anderen raus. Und bei Ruhrgebiet erklärt, würde ich dann so einen Historiker mal einladen, wenn das geht. Ansonsten hauen wir die Zahlen, Daten, Fakten von dem Stadtteil jeweils raus. Und das machen wir ja mit dir, mit Werne, genauso. Genau. Nicht nur Werne, das machen wir auch mit Carmen, Unna und so weiter und so fort. Wir haben jetzt genug Städte gehört. Genau. Und was es da zu sehen gibt, das kommt ja auch noch. Genau. Genau, welche Museen etc. Blabla. Ja, da sind wir eigentlich durch für heute. Genau, dann sagen wir schon mal wieder drauf. Mal bestimmt können. Reicht. Ja, sonst ist es zu langweilig. Genau. Also, ihr könnt uns sehen bei YouTube beim Jack Tango. Und bei mir, Ruhrpothologe TV. Und alles nochmal nachlesen. Oder ja, alle Links, die ich da mit reinpacke, auch die Statistik von der Arbeitslosenquote, könnt ihr im Blog nachlesen. Erstmal in den Shownotes nochmal und dann im Ruhrpothologe.de-Blog, wo auch alle Podcasts nochmal aufgelistet werden. Willst du noch was dazu sagen? Nee, da haben wir alles besprochen gehabt. Haben wir alles besprochen gehabt. Heute war es ein bisschen trockener. Hast du noch einen Witz auf Lager? Ja, was ist das Gemüse eines Lieblings, oder Gemüse eines Rettungssanitäters? Oh. Gurke? Nee, der Rettich. So, das war's. Ach so, scheiße. Ich war nah dran. Der war gut. Sehr gut. Okay, wunderbar. Dann sagen wir Glück auf. Genau, Glück auf. Und tschüss, Sikowski. Und tschüss. Tschüss.